Hello, hello und herzlich Willkommen zu einem neuen Voice of Germany Vlog in den Mütter. Weiter geht's. Lara ist jetzt in den Battles und wir wollen nochmal gucken. Wir können leider drin überhaupt nicht filmen. Nichts, alles. Geht nichts. Top Secret. Ich bin ganz schön aufgeregt und wie seid ihr auch so aufgeregt? Ja, schon ein bisschen. Aber wir rocken das, weil wir geil sind. Team Thunder. Ich grüße euch. Und zwar bin ich hier mit dem? Sprichst du? Oh, das ist ziemlich nett. Und da ist die Florentina. Florentina. Hallo Mariana, hi. Mariguana. Daniel, hi. Und Daniel. Michi hat letztes Jahr mitgemacht hier, ne? Michi hat eben gerade den Typen an der Garderobe verpurgelt, dass er endlich sein T-Shirt anziehen kann. Ja genau, ich musste hier mit dem Tanktop-Faster reingehen. Wir wollten halt einfach mal viel nackte Haut bei dir sehen. Achso. Ja, okay. Ja, das stimmt auch. André ist auch dabei. Hallo. André ist auch dabei. Ah, gut. Und guck mal wer hier ist. Auf. Auch wieder hier. Ja. Wir sind da! Wuhu! Jetzt muss ich die Kamera abgeben. Komm zu mir in der Nacht. So, Lara hat gerade gesungen und sie ist weiter! Wuhu! Ja! Wir haben es geschafft! Wir sind weiter! Oh Gott, ich freue mich sehr. Ja! Ich auch. Alter, sing aufs Baby, sing aufs... Das ist großartig. Ja! Sie hat es geschafft! Wie geil ist das denn? André, sie ist weiter! Was sagst du dazu? Unglaublich! Oh mein Gott! Ich muss auch sagen, sie sah unglaublich gut aus. Sie sah so geil aus wie Schatz. Und sie hat so gut gesungen. Da ist sie, da ist sie, da ist sie. Sieht sie nicht absolut Hammer aus? Ihr Battle-Party. Wir haben uns immer gebrochen und nie hast du es bekommen. Und am letzten Endes hast du es hinbekommen mit dem Schluss. Das war so geil. Sehr geil. Guckt sie euch. Oh, ein Traum! Ein Traum! Das geil ist, wie dieses Kleid weht. Wie geil, mein Scheiß! Tschüsshase! Guck mal jetzt, wie sie schreitet! Oh! Sam! Wir sehen uns im Recall! Da draußen warten die Fans von Michi. Ja, das heißt. Die Fans von Michi. Das sind all my fans, you know, from Chicago, California, everywhere. Ah, so schön! Jessie ist auch da! Jessie ist auch da! Ja! Warum seid ihr nicht? Das ist einfach nur so. Wir dachten, wir gucken uns dich mal an. Aber krass cool, dass du weiter da bist. Ja! Spielst du auf Fifa? Ich bin so stark. Hattei! Hattei! So, jetzt könnt ihr einen kleinen Eindruck erwinnen, wie es ein bisschen hinter der Bühne war. Ein bisschen Backstage-Feeling und so. Aber viel durfte ich ja nicht filmen. Aber wir sehen uns wieder. Ich mach gerade eine Abmoderation. Jessie, du möchtest noch eine Abmoderation machen? Für wen denn? Für dieses Video. Liebes Video! Liebe Zuschauer! Vielen Dank für's Zuschauen! Wir sagen... ...Bitte Nacht! Rock'n'Roy! 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 Rock'n'Roy!